schnell ich hab fast kein Leben mehr ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich bin schon unterwegs Ajo jetzt jetzt sehe ich nämlich auch wieder ein Kompass das Rechtlich auch kam falsch Planeten gegangen hinsen aber weißt du was dann gehen wir mal auf meinem Planeten mal weißt du letztes Mal mal auf deinem Gehmerz noch mal nur so vor allem hier ist gerade richtig geil also hier können wir richtig viel mitnehmen so ein bisschen war da habe ich schon eingesteckt muss ich alle dann ist ja auch wasser und keine Giftplatte es aber schon ein Stückchen nach links zu laufen ja ich muss das ein bisschen weiter links gelaufen entscheid die ich mache ich bin hier sind das ein paar Kühe oder was das was das ist hier keine Ahnung gerade Fläche ach guck mal mal ah da bis sie ab gibt man schon alle umgebracht also schon alle umgebracht oder ne pass auf dahinten sind wir da welche deswegen ich will erst mal regenerieren guck mal springen die pass auf die gehen richtig ab hier also die sind nicht gerade schwach was ist das jetzt ich ich nehm ich nehm ja alles mit dann mach mal hinten die Tür auf wir machen die erst mal kaputt und dann nehmen wir ja alles mit ich will ja gerade erstmal kurz gucken ob vielleicht immer noch nehm jetzt rät er schon rein hier Vogel erst mal alles kaputt machen hier kaputt so lass mal direkt in die zweite Etage erst mal hier alles kaputt machen würde ich sagen mal ist ja erhöhte Schwerkraft weil das ist sicherer für uns ist ja erhöhte Schwerkraft Schwerkraft ah ok vorne kommst du hoch hm Hallöchen! Warte! Hallo! Na? Wom geht die? Achso! Achso! So! Glory the big ape! Jaja, ich erzähle immer deinen dicken Affen hier! Komm her! Du kriegst direkt hier von beiden Seiten! La 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 la! Na, Professor schießt auch noch! Oh, jetzt sind sie gefangen! Oder auch nicht! Alter, der will wegrennen, der Drecksack! Hast du das gemerkt? Ja, ja! Der wollte flüchten vor uns! Naja, vielleicht wäre das ja nicht das verkehrteste gewesen, wenn er die Flucht ergriffen hätte! Ich mach erstmal Pause! Boah geil, da oben ist ein Hirnaffe! Da will ich hin! Kommste? Bin hinter dir! Jut! Wird bloß eine bessere Waffe, die ist nämlich Schrott hier! Oh gut, das ist ja normal mit der Standardausrüstung! Ja! Das ist ja gar nix! Alter! Boah! Boah! Warte, ich muss mal kurz räcken! Jaja, mach du nur! Mach schon mal! Guck mal, sogar Mutanten gibt's jetzt cool! Ja, hier gibt es jetzt einiges mehr. Ja, perfekt, so passt doch. Ja, war da soweit vom Schlau. Aber auf Praxis geht es. Ja, Leute. Kolee, du bleibst mal da, schöne Mecke. Sooo. Hallo. Voll nicht feige, weißt du? Ah, das war jetzt cool. Oh, 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 pass auf hier vorne. Oh, meine Spielzeuge. Autsch, kacke. Oh, meine Tesla-Spulen, ja. So, komm mal ran, Opa. Oh, pass auf, ich hab direkt den jetzt gepolst. Alter, voll Profi hier, gibt's ja gar nicht. Alter, jetzt bin ich auch noch eine Etage runtergeflogen. Hau mal drauf da, da ist ja gleich bleibt. Ja, mit meiner Kinder-Kack-Waffe hier kannst du was knicken. Ach, du meinst mit dem Zahnstocher? Ja, ja, Kinderspielzeug da. Ach, bist grad schon die nächste Etage hochgegangen? Oh, nee. Ja, komm da, lass mal hoch da. Oh, guck mal. Lass gleich luden, lass erstmal hier alles platt machen. Äh, warte, 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 warte. Ich geh schon mal rein. Hallo. Oh. Äh. Okay, ich hab ne neue Waffe. Ja, geil. Komm, lass Papa mal machen. Und der letzte Gegner. Wo denn, wo denn, wo denn? Ich will ja meine Waffe zeigen. Ja, vorm, 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 vorm. Was hier so drin steht, weißer. Ja, weil Lampen so so, ne? Komm mal. Komm mal auch mal drin. Obwohl die Lampen, ja, hast du recht. Äh, zur Beleuchtung hinter für unsere Basis. Ja, natürlich. Glas nehme ich auch mal mit. Ja, Glas, sowieso. Glas würde ich auch mitnehmen. Also, kümmern du dich mal um das Glas. Ich kümmere mich ja alles so, was hier so rumsteht. Nämlich mal alles mit hier. Ist ja sowieso gemeinsamer Loot. Also, von daher. Fürs Team, ja, ja, ja. Ey, die Bilder sind cool, die hier hängen, ey. Die machen bestimmt Hinterwart her an unserer Basis. Die Tür nehme ich auch mal mit, ne? Ja, ja, alles mitnehmen. Ich bin auch froh, dass das gar nicht lang dauert mit der Steinspitzhacke. Ach, wir haben noch nichts auf dem Arsch, ne? Wir haben noch nichts Gescheites gefunden. Hauptsache erstmal ganzes Labor auseinanderbauen. Ja, klar. Weißt du, gerade erst angefangen und hier schon alles am Auseinander. Uh, da hängt ein Fernsehen, den will ich. Ja, ich hab Fernsehen mitgenommen. Alter, was hier alles rumsteht, das ist der Hammer. Ja, ja, ja. Boah, ne, das dauert viel zu lang, die Rückwand da alles mit rauszubauen. Ey, also Rückwand würde ich auch stehen lassen. Ich würde das gerne komplett in den Boden einstampfen. Wäre ja auch gar nicht übertrieben dann. Ach, nein, noch nicht. Alter, ich bin jetzt immer richtig viel zu looten, ey. Jaja. Ich bin fast am überlegen, soll man natürlich erstmal Rohstoffe, äh, Rohstoffe sammeln, dass wir Spitzhaken ein Stück upgraden können. Wenigstens, dass wir mal gescheit looten können hier. Sonst sind wir hier eine Stunde lang nur am Abbauen, weil das so lange dauert. Ach, weißt du was, das geht schon. Oh, mir wird kalt. Oh. Kämpfer, ja. Ja. So, zack. Oh, oh, mir wird gerade auch kalt. Oh. Alter. Du kannst da frieren. Scheiße, jetzt hat er es. Boah, der feiner Pinkel hier. Geht nicht mal ins Inventar, um das rauszuholen. Ja, siehste mal. Oh, ach ja, stimmt, genau. Waffen. Die habe ich ja, glaube ich, gerade auch aufgesammelt. Kann man eine Laser-Lightshow machen. Ich geh die jetzt mal testen, die Waffe. Ich will das jetzt mal wissen. Hm, ich muss gerade mal erst mal gucken, ja, wo überhaupt meine, wo die Waffen überhaupt hingelandet sind, also. Lass mal Grenade. Okay, das ist der Table, Tesla-Spule. Ach, ich guck gleich, aber wir haben schon richtig viel jetzt hier mitgenommen, ey. Oh, Alter. Geht die ab, die Waffe, oder was? Die rennen jetzt voll die Psycho-Fischer rum, hier. Eik. Das Problem ist halt, ich habe noch kaum Ausdauer. Dementsprechend ist die Knacher auch gleich. Guck mal, so eine Sau, ey, baut da die Tür aus, jetzt wollte ich ihn einsperren hier, weißt du? Gibt's ja gar nicht hier. So. Oh, oh, hier unten hast du aber schon gut gelootet, also. Nö, da war nicht viel. So. So, dann fange ich mal an, hier das Glas rauszureißen. Alter, ey, die tun mir so leid hier, weißt du? Moment. Wir haben hier einfach mal alles weggemacht, ey, weil die sich in mühevoller Arbeit erbaut haben. Wir haben's ja erlöst, wir müssen keinem biochemischen Experimentum mehr durchführen, es kann nichts mehr schief gehen. Da hast du wohl recht, haste recht. Ich leuchte. Yeah. Boah, du bist voll die Leuchte, hör mal. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Kollege, du wüsstest vorher, worauf du dich einlängst. Ja, alles klar, der geht erstmal mit seiner Laserwacht raus. Die Steam Packs sind gar nicht verkehrt. Die Steam Packs sind gar nicht verkehrt. Muss ich mal gucken, die Steam Packs sind gar nicht schlecht hier. Oh, ich glaub, die gehen wir mal öfters looten jetzt. Äh, noch ne Knarre. Ne, guck mal, hier sind auch rote Steam Packs. Ich hab mir ein rotes Steam Pack jetzt genommen, das heilt ich. Okay. Ich bin komplett voll geheilt und das ist immer noch auf Plus. Oh, krass. Oh, nicht der Freer gleich. Ey, ich würd sagen, wir haben genug gelootet hier. Wir haben erstmal genug. Nein! Ich würd mal sagen, lass uns mal jetzt hier irgendwo eine Rohstofftour machen gehen. Ja, das ist jetzt erstmal ein Campfire. Mir wird's nämlich grad immer heller hier. Äh, ich hab grad keins dabei. Du hast doch vorhin eins aufgesammelt. Egal, ich mach schnell eins, komm. Zack. Zack. So. Ich hab nämlich fast schon schneeweißen Bildschirm hier. Oh, oh, ich nehm mich auch. Ja, so. Alter, das war jetzt knapp. Ein bisschen. Ach, perfekt, guck mal, direkt unter uns können wir da gleich mal reingehen. So. Der ganze Planet ist irgendwie kalt hier. Ja, irgendwie schon. Hm. Schau. Aber dürft ja, wenn du nach unten gehst, dürfte das ja wärmer werden. Theoretisch, ne? Weiß nicht. Ach gut, die Fiecher beim Zucker stehen, wenn nicht die ein... Weil das geht ja immer näher zum, zum Erdkern. Und so tiefer du reinkommst, desto wärmer wird das. Hilfe. Ein. Scheiße. Pass bitte auf da unten. Ah. Ich... Ich wollte dich nicht schon hier in dieser Aufnahme-Session verlieren. Egentran, wir wollen den Zuschauern ein bisschen was bieten. Und war das? Hab ich das Memo nicht gekriegt? Nee, hast du nicht, glaub ich nicht. Schade. Kiste. Kiste. Alter, Psycho-Fiecher hier mit ihren Augen, ey. Es ist doch... Kiste. Was haben wir drin? Oh. Eine bessere Waffe für dich. Allerdings ein Zweihänder. Relativ langsam. So. Oh, ich glaube ich nutze die Stimpaks in Zukunft. Die sind mal gar nicht schlecht hier. Ja, wenn die leicht zu craften sind, dann geht Tatjana. Keine Ahnung, ob wir die überhaupt craften können. Ich hab die bisher gefunden jetzt. Ich... Ich weiß halt auch nicht. Keine Ahnung oder so. Kann man auch mal gucken. Kann ich dir auch nicht sagen. So. Irgendwie ist hier unten verringerte Schwerkraft. Noch ne Kiste. Alter. Okay, warum das denn? Ich weiß nicht. Also auf dem ganzen Planeten. Boah, alter. Hm. Ja, das kann gut möglich sein. Weil die Planeten haben ja immer wieder andere, äh, spezifische Sachen, ne. Hm. Kommst du mal runter? Ja, ich... Ich komm jetzt rüber. Also... So. Ich leg den Matta was hin. Achso, jo. Danke. Hööh. Äh. Äh... Als du sagst die Granaten hast, bist du noch mal zu czynsch, ach. Oh. E fonts, mal fera. Achso, puh. Das ist wie mit einer Genkassette, achso. Achso, achso. ë uniformly . Aber... Der weiß es gut, der weiß es gut also. Zum Glück haben wir ja eingestellt, dass wir nichts fall erst verlieren. Gut, außer halt die Pixel, wenn du stirbst. Ein Teil von den Pixel, aber das war ja vorher schon. Aber ich kann dir auf jeden Fall dann auch... Ja, ich habe aber immer noch 517 Pixel. Ja, ich kann dir auch nachher Werkzeuge craften. Ich habe auch schon jetzt schon über 1000 mittlerweile. Okay. Du kriegst gerade Dämpf mega auf die Schnauze. Ja, ich bin ja gerade am Kämpfen. Müssen wir auf dem Schiff mal gucken. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Bandagen machen. Ja. Kannst du mal gucken, wenn du so ein paar Stimpacks gelootet hast. Rote Stimpacks sind das. Rote Spritzen. Die heilen richtig gut, die Teile. Okay. Also es sind besser wie die Bandagen. Jo, jetzt wird es das Red Steampack. Genau. Die sind wesentlich besser als die Bandagen sogar. Also ich werde mir jetzt auch keine Bandagen mehr craften, bis wir rausgefunden haben, wie man die Stimpacks macht. Ja, ich habe jetzt nur ein paar gemacht, damit ich glaube ich überhaupt was habe zum Heilen. Weil ich habe nämlich nur zwei Stück aufgesammelt. Ja, ich hatte auch plus zwei. Da müssen wir mal gucken. Ja, aber die Heilen richtig...